Sooo, in Tastik-Saison zurück. Mh, Tour. Ja, Let's Play oder so. Was spielen wir jetzt? Wir spielen jetzt mal... Ähm... Wollen wir es mal frei ver... Nein, hier mal. Wir spielen nochmal Herrschaft. Wer sollte es auch? Dankeschön. Han, also echt hat mich in mein... hat mich echt... Ich weiß gar nicht, wie du direkt über 4er-Rating kriegst. Ich hab dich, glaub ich, 5-mal getötet, nur die Runde. Hast bestimmt geboostet oder so. Das ist zum Beispiel auch der einzige... Ja, genau. Äh, jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich selber sprechen kann und mal 1-mal! Oder so. Oder übelziehend... Ey, guck mal auf meinen Kanal! Ey, ey, ey! Guck mal auf meinen Kanal, ey! Oder... Hallo! Hallo! Die Leute richtig so schön... Ah! Die Arschkappen! Ah! So, ist langfristig erst letztes und wieder ein richtig geiles Spiel. Mal gucken! So, 4. Partie heute! Mal gucken, die letzte... Ah, weiß ich noch nicht! Ne, wenn es ein Let's Play sein würde, das seht ihr dann ja in der Überschrift... Im Titel. Dann kommt das Let's Play alle zwei Tage. Muss mal gucken. Wie ich so produzieren und so weiter, ne? Es ist auch gerade Abi. Nur mal so nebenbei gesagt. Wollte ich nur mal anmerken, dass jetzt um die Jahreszeit so Abitur geschrieben wird, ne? Ach, Herrschaft. Ah. Alpha verlieren wir? Oh, das kann ja nicht wahr sein. Bravo, Willkinder, Mann. Fuck. Uh. Udo, anstrengend. Komm, wir machen mal bei C hier ein bisschen rum, ne? Verbündete Drohne nähert sich. Habskanade geht raus. War einfach nur so. B wird gesichert. B ist schön. B komme ich. Ich komme. Haltet durch, Freunde. B ist da. Scheiße! Nee. Na, ist weiter. Alles klar. Verbündete, sagst du? Das ist schön. Ich bin auch an der Front. Und zwar gegen meine Mutter. Fick dich doch. Hat Platz jetzt gebracht. Was? Arschloch. Oh, ein Warp-Dings da. Das ist bitter. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch zur A, weil... Und, alter! Wir haben einen Prostgiller und das ist der E-Qual. Der hat uns nämlich schon ganz schön viel bescherte. Okay. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich dachte, der wusste nicht, dass ich da bin. Zieh da nicht. Zieh es da nicht. Zack. Kill genommen. Tuor. Feindliche oder unsere? Boah! Die hat schön gehakt. Ist mir egal. So, komm. Alter, wen haben wir hier? Boah! 23 zu 1! Achso, ist jetzt schon jemand anderes wieder. Alter. Nimmt der die Gameplays auf? Oder muss man den kennen, oder? Hero Camper. Es ist... Was ist das hier schon wieder ein Assist? Krieg ich schon wieder... Pickel auf den Pimmel. Was ist hier los? Machst du Sommerurlaub! Weiter. Ich hab Feueramt gemacht. Oh, da sind sie doch hier. Drohne nähert sich. Oh Mann, den wollte ich haben! Alter, und warum hakt das jetzt so? Verbündeter, das ist gut. Alter. Zeig mal, Drohne, Drohne, Drohne. Schön, Drohne. Zack! Oh, Alter! Das wusste ich. Das wusste ich, dass der kommt. So. Wie sieht's aus? 30 zu 4. Aber du hast ganz schön nachgelassen, doch. Hm. Sigi, Megi. So ein Camper. Pau! Na. 4, 5. Äh. Erstmal auf C. Meine Drohne. Der Feind hat A. Wir haben die Kontrolle übernommen. Darum schau! Bestätigt. B wird gesichert. Scheiße. Ich dachte, der wäre tot. Fuck. So, wo ist meine Drohne? Die ist schon weg? Ah, Orbital- Natürlich! Was denn auch sonst? Drohne nähert sich. Friss, friss. Ich seh ja, wenn sie kommen. So, Equal hat wieder weggeräumt. Da war ein Peacekeeper, oder? Ne. Drohne nähert sich. Da hat der Udo einfach mal so drauf geballert. Nein! Fick dich! Schon wieder ein Orbital-Sattel liegen hier. Alter, jetzt hakt's. Okay. Hinter mir ist einer. Fack doch, ey, Mann! Seh ich. Angreifer ausgeschaltet. Schön. Freut mich. Ich konnte auch mal was Nützliches beitragen. Und ein 5 zu 8 wird das! Okay. Ich bin nicht mehr ganz so in guter Laune hier. Deswegen wird das das letzte Spiel jetzt erstmal sein. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ja! Du Wichser! Drohne haben wir jetzt bestimmt hier hinten näher haben. Dann kommen wir. Nee? Doch! Ja, Sieg die! Ey! Wir gewinnen diesen Kampf! Ah, wird gesichert! Hm. Wir verlieren Bravo! Das Maul hier hinten! Ah, das war meiner, war? Nee, war nicht meiner. Ach, Scheiße! Ja, aber einen Drohnen haben wir noch. Drohne nähert sich. Okay. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche? Verbündete Drohne nähert sich. Wo ist denn hin? Ja! Fick dich doch! Na ja. Na, oh, na ja. Dimitri. Okay, die Runde war richtig scheiße gerade. Maul halten! Das ist ein Abschuss! Ja, alles klar. Komm, mach hin. Jetzt hatten wir aber einen guten... Boah. Hm, ordentlich. Haben sie sich aber da oben gebettelt, du. Alles klar, ich hin. Ja, wo na schön. Ja. So, ich würde mal sagen, das war es erstmal für diese Aufnahme hier von Black Ops 2. Ich werde noch was anderes aufnehmen oder erstmal was essen. Tschüsskowski!